Bei einem SEK-Einsatz in Wahlsdorf bei Bamberg ist eine Frau in Gewahrsam genommen und anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Vorangegangen war ein Streit mit einer Nachbarin, die durch die Frau bedroht worden sein soll. Die Kinder der Frau wurden in die Obhut des Jugendamtes gebracht. Immer wieder soll es zu unangemessenem Verhalten seitens der Mutter gekommen sein.